So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt hier auf dem Kanal, oder erst mal zum ersten Video. Ich weiß nicht, wie lange wir das spielen, weil ihr kennt ja meine Englischkenntnisse. Und zwar spielen wir Hacker-Symbolator. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, das Spiel ist nur auf Englisch. Und ihr kennt ja, ihr wisst ja, ich kann kein Englisch. Ein bisschen was kann ich schon, aber nicht viel. Wir gehen mal auf New Game. Vor allem überhaupt nicht laut. Oh, wieder tot. Oh, Hacker, okay. Also, ich habe so gelesen, dass das Computer mein Main-Tool hier zu hängen ist. Wie lange habt ihr schlafen? Ich habe versucht, dich für etwa zwei Stunden zu telefonen. Insofern, lass uns arbeiten. Okay. Das erste, was ihr braucht, ist eine neue Wi-Fi-Netzwerk. Und um einen zu bekommen, solltest du einen zu schlafen. Ich will dich zurück, wenn du fertig bist. Okay, wir sollen zuerst in ein, wo ich verstehe, in ein neues Netzwerk gehen. Und das hacken. So, wie ich es jetzt gerade verstanden habe. Open with Software. Äh, ne, Notepad nicht. Handy hier. Ne. Ah, doch. Mit 2x. Äh. Okay. Ja, check hier. Aber wir sollen alle kaufen. Oh Gott, Alter. Sieht aus wie so ein Code, geschriebener Code hier. Das ist, äh, Network. Ne. Okay, jetzt bin ich schon raus. Mehr kann ich schon nicht lesen. Open Terminal. Okay. Sex. Okay. Airplay Tool. Was er... Oh. Das ist klein, das kann auch kein Mensch lesen. Gibt es hier irgendwo ein Menü? Ich möchte gerne wieder auf OPS zurückgreifen, wenn das irgendwie möglich ist. Okay. Weil jetzt seht ihr gerade, warum. So. Jetzt hat er sich wieder gefangen. Jetzt ist es auch alles ein bisschen größer. Noges für Tech. Also. I feel like a buy or using a tool. Bisschen bis. Acht, sieben. I feel like a tool. Halt, wer jetzt eins drücke. Ach, oh no. Command. Hm. 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 Ich muss das vielleicht eingeben. 6, 8. D, 7. H, 5. E, 7. Ich bin ziemlich dämlich. Ja, ich weiß, wenn man kein Englisch kann. Mich hat das Spiel leider interessiert. E, 11. F, 4. Habe ich das falsch eingegeben? 68, D, 7. A, 5. E, 7. E, F, E, 4. So, alles richtig. Oh, eher Play. Play. E, F, E, F, E, F, E, F. Vielleicht das? Hm. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe gerade wirklich überhaupt nichts mehr. Vielen Dank. Ich verstehe nichts mehr. Ah, warte mal. Dann würde ich mal sagen. Ich auch. Wow. Oder vielleicht. Eselt. Und anders. Weil ich habe hier jetzt gerade wirklich nicht. Äh, nicht. Das ist ein Mining Rig oder was? Und es rocke ich schon wieder. Das ist ein Mining Rig oder was? Das ist ein Mining? Ja. Vielen Dank. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, was ich hier tun soll. Vor allem es war Toilette. Toilette? 1000. Ich kapiere es nicht. Ja, ich brauche Hilfe. Ja, Airplay. Ja. Ist doch richtig. Gibt es doch gar nicht. Da stand er noch sogar so drin. Und von hier oben kann das aber keiner sein. Oder kann ich? Na, guck mal. Dann kann ich ja eigentlich nur das andere nehmen. Hä, auf einmal geht's. Mm-hmm. Oh. Oh. Rick. Ah, guck mal. You found? Das ist der L. Huh. Okay, wir sollen was Neues kaufen. In diesem Weltraum, dein SuperRGB Computer wird nicht genug sein. Deshalb habe ich dir einen Server gekauft. Ja, das ist richtig, dein eigener Server. Each contract kann anders sein, also du brauchst ein bisschen Platz auf deinem Computer bevor du nichts machst. Für jetzt, geh an deinen Server, die Tools, die du bei unserer vorherigen Behandlung gekauft hast. Oh, openware. Weiß. Ah. Weiß ich dann nimm mal, die Uhr ist, äh, 2.0. Besserer. Erdump. Hördumpf. Hä? Ah. 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 Klicke an der Folder irgendwo. Ah. Oh. Cool. Das ist doch mein Name, der perfekt ist. Ist das das, was ich denke, dass wir da jetzt wirklich Leute hacken sollen? Ist doch geil. Okay. So network, you will need to do that. Okay. Okay. So. 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 Visited to website. Scan it. Webseite. Oh. Okay. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch mit Hacken auskennt, weil ich verstehe von gerade nur Bahnhof. So. 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 Okay. Let us hang with every time, then we 갔 our awhile is Allui. So. We took martini from block brochure. Do you want me to add cqp. Okay. I am very back in case, but we are seen ahead of us. This is old enough, I am pregnant. Exploit name Ah Some Bit Er Erna 100 Nächst die IP-Adresse Und dann Enter. Was? Was? Habe ich was heiß geschrieben? Ah Umgesehen So Ne Hä? Sambi-Terna 100 Ach Joach, ich bin so doof Deternal So Nächst aber Ja, guck mal Bin zu dämlich zu behacken, ihr merkt das schon, ne? Es läuft bei 2x4-Belt Weiß Achso So Dann Machen wir das Ganze hier Jetzt nochmal Jetzt müsste ich es hier runtergeladen haben Hä? Hä? Oder müsste ich das? Ich versuch's mal so Htt POV Ach, ich bin da so doof Ich bin so dämlich Ich bin so dämlich Ich bin so dämlich 9 brauchen wir ja Ja Oh Das müsste jetzt aber gehen, weil das ist definitiv runtergeladen Ich bin so dämlich Ich bin so dämlich Ich bin so dämlich Aber Ich bin so dämlich Und so Das müsste denn die text hiermit verbunden hotplug in hashtag 1337 würde mal gerne wissen ob der name wirklich stimmt die ist immer noch nicht ich kapiere es nicht das ist also jetzt nochmal httvoverflug139 und dann nochmal die ip-adresse wahrscheinlich gar nicht funktionieren ah das war das richtige die maschinen okay ja jetzt bin ich bei dem drin äh ls 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 Dokumente sind doch mal interessant, undergo, first contact, download, get, download, They get documents, Herzog, first, , tracked, Spannend, auch wenn das Spiel auf Englisch steht, trotzdem macht es Spaß und ich kriege es irgendwie hin, auch wenn ich gar nichts davon kapiere. Nee, wenn du download auf deinem Computer und renommst, oh. Disconnected from the network user, so komm mal. Disconnected from the network user, so, wir haben einen gehackt. Send for file to write by cleaning for authorization. Plus button. Upload. Ah, joh. Okay, ich würde sagen, machen wir aber in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich für's Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like, damit es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss Jakowski. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.